Seit es Corona gibt, sind die Menschen sehr, sehr ängstlich geworden. Bringt uns Katam nochmal Beweise, dass dieses Ding echt ist. Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben. Wir werden alles verlieren. Und warum bekommen wir die Hilfe nicht? Solange wir hier noch offen haben, haben die jungen Leute noch Hoffnung. Untertitelung des ZDF, 2020